so dann auch ein herzliches willkommen auf youtube an den lieben draguel der spiel wieder mit und der liebe mega farmer aka tom ist auch dabei hallo beiden so ein stream ist lustigerweise bei mir offline komischerweise im dashboard aber laut der ruhe sind online hat passt also hallo auch an die leute im stream falls einer da ist lustigerweise sehe ich es nicht dann werde ich doch rotz trocken dann werde ich doch mal rotz trocken bei mir um handy dass man stream an machen weil sonst kann ich den shit nicht sehen fehlt eine bühne nein ich will die app nicht hau ab du boah ich hasse jetzt wenn ich so langsam singe ich mich aufregen die ich doch nicht da suchen wir mich mal da bin ich da ich sehe mich auf jeden Fall jetzt live geht ja auch nur um den chat damit ich den chat auch sehe kann man auch auf dem handy nicht den chat lesen also je nach handy sollte das gehen oder muss die app haben dafür ich sehe dich doch also ich den chat doch im dashboard alles klar okay so wie farbe habe ich jetzt rauskriegt ich glaube ich weiß gar nicht wie ich jetzt da reingekloppt habe naja es geht warum pumpst du nicht mehr was los hast gar lust keine ahnung naja selber da rein so 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 was haben wir denn an farbe jetzt orange könnte ich auf jeden fall schon mal benutzen magenta sind zu wenig obwohl könnte sogar vielleicht reichen wie missing one da steht noch zwei hä es gibt sachen die muss man nicht verstehen ja vor allen dingen der sagt mir die ganze zeit ein bisschen ist irgendwie hinten irgendwie kisten kaputt oder so erstmal dass ich was mit bienen mach oder ist da irgendwie irgendwie doch jetzt sehe ich das jetzt sehe ich dass ich online bin aber ist hier kein bild schön Die Farben sind raus. Guten Abend, der kleine Gonzo. Schöner Name. Guten Abend. Guten Abend. Finde ich gut. Da müsst ihr dann rein vom Sinn her noch einen großen Gonzo geben. Ja, stimmt. Verdammt. Doch zu wenig Magenta. Doch, der war natürlich nicht. Orange kann ich zwei bauen. Zwei, 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 zwei. Hier fehlt mir wieder Magenta. Also ich muss ehrlich sagen, die Ausbeute aus der Wolle ist richtig beschissen. Also du kriegst es vielleicht aus dem Stack, wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht dreimal Farbe raus. Egal ob mit dem Pulverweißer oder mit dem Crusher. Okay. War noch schlecht? Was? Also ich kann mich noch daran erinnern, wo ich das mit dem Lagersystem mal gemacht habe im Singleplayer. Da habe ich glaube ich aus jeder zweiten Wolle einen auskriegt. Also irgendwas stimmt. Entweder ist sie in der Config da drunter gedreht oder ich habe keine Ahnung. Meine Schneemänner sind auf jeden Fall weg. Ja, die waren aber gestern schon weg, wo ich auf den Server kam. Der große Gonzo war schon vergeben. Schade. Achso. Sind schon seit einer Woche weg, die Schneemänner. Okay. So, dann hauen wir mal wieder Wolle hier rein. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch vielleicht ein bisschen Magenta rauskriegen. Damit ich die nächste Kiste fertig machen kann. Achso, hatte ich noch gar nicht gezeigt. So, außerhalb des Streams. Ich habe gestern auch noch ein bisschen was gemacht. Der Dragul auch. Ja, wir haben hier eine Bahnstrecke gebaut. Aber da habe ich nichts mit zu tun. Ich habe noch zwei Kisten fertig gemacht hier. Für das Lagersystem. Also sind es drei Kisten insgesamt. Dann habe ich oben die... Aber nicht die Chips da rein. Doch, da sind noch welche drin. Da sind jetzt vier drin. Vier. Hör mal, nein. Hä? Ich habe doch gestern Chips da reingedrückt. In den mittelnden Beinen sind vier Chips drin. Warum machst du denn vier Chips da rein? Da kommen nur zwei rein. Ja, du hast doch welche, Naikma. Ja, eben. Ne, gestern war da keine drin. Hör mal, gleich schmeiß ich es vom Server, Kumpel. Verscherz dich ja nicht mit mir. Ich bin ab, mir denkt dran. Ja, stimmt. Ja, die Ambrose habe ich so... Alle zwei Tage kommen die. Morgen kommt wieder eine. Ich muss mal im Sendeplan gucken. Wenn du bei mir auf dem normalen Kanal bist, steht oben Link Sendeplan. Das steht da drin, wann der kommt. Immer. Alle zwei Tage kommt das mit dem Schwabe. Vorne ein Hexen? Echt? Vorne nur ein Sumpf? Das spawnt, glaube ich, alles. So, jetzt hat er mich wieder aufgehalten. Des Weiteren habe ich gestern noch die Rancher fertig gemacht. Dragul hat er eingebaut. Ich habe dann gestern die restlichen, ich glaube, fünf war Hans gebaut. Die Verkabelung davon liegt drunter. Unter denen. Genau neben dem Gang unten liegt die. Ja, und du hattest das ja vorbereitet mit dem, hier, mit den Wets und sowas, ne? Genau. Denke ich mal. Genau, ich hatte dann gestern nur noch hier, ähm, unendlich Wasser dran gekloppt an dem einen, ne? Damit da die ganze Zeit dieses Rocket Fuel gebaut macht wird. Jetzt hast du aber noch 16 Eimer sind noch da dran. Genau. Ja, und diese eine Rancher hat mich eineinhalb Stunden gekostet. Ich habe gestern, glaube ich, auch noch eine Stunde, anderthalb habe ich gebraucht für alle. Mhm. Twitch mache ich jetzt wieder. Erstens, weil ich sowieso schon viel mehr Follower hier hatte wie auf Hitbox. Äh, zweitens habe ich mit einem, ja, war das mit einem Kumpel, mit einem YouTube-Kollege, sage ich jetzt mal, gesprochen. Der hatte mir ein paar Tipps gegeben, warum, oder was ich bei Twitch falsch gemacht hatte, an Einstellungen. Der hatten wir, ähm, am Mittwoch hatten wir, genau am Mittwoch hatte ich Fallout gestreamt. Da hatten wir halt schon getestet ein bisschen. Und es läuft jetzt. Ähm, vorher war dieses Problem mit dem, dass das öfter mal gepuffert wurde bei Leuten, die geguckt haben und am Lecken war zwischendurch. Und das ist jetzt nicht mehr. Und danke fürs Follow. Ähm, das war eigentlich der Grund. Und, ähm, Hitbox hatte ich ja eigentlich nur gemacht, weil man da halt im Endeffekt sofort Partner ist. Was eigentlich aber auch trotzdem bei meiner Größe überhaupt keinen Sinn macht in dem Sinne. Also, jo, mich tat herzlich wenig eigentlich. Jo, und da Twitch jetzt wieder läuft, ist doch alles okay. So. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Jetzt weiß ich nicht mehr. Hör mal kurz mit Vicky was nach. Hm, hab ich denn noch? Hab ich denn noch? Hab ich nicht. Toll. Warum nicht? Scheiße. Ich war's nicht. So ein Ärger. Wo hab ich die echt nicht mehr? Du scheiß Pipes? Das ist auch frech. Ähm, Projekt Red. Dann müssen wir unser Lagersystem immer ein bisschen abweiten. Kannst du nicht den normalen Cobblestone Pipes zwischenschließen? Nein. Nein. Du musst die Item Transport Pipes nennen. Sonst geht das nicht. Ähm, Galactic Science wird die Woche irgendwann kommen. Ich weiß nur nicht wann, weil ich Montag wieder arbeiten muss. Das kann ich leider nicht versprechen. Das kommt darauf an. Wie es dann wieder so wird. Mit der Arbeit. Das weiß man ja leider nie. Brauche ich denn, dass die Junction Pipes hingeschmissen haben? Das ist nicht doof. Boah. Ähm, gib mir mal 20. Ähm. Geh mal von Dienstag oder Mittwoch aus. Denke ich mal. Dann abends. So, ich brauche äh. Acht. Ein bisschen Retsch-Döne. Ach, da sind sie. Ja, ja, klar. Ein Königin kommt sowieso. Ankündigung wird, wenn ich, kommen dann, wenn ich zu Hause bin. Also wahrscheinlich dann so um halb fünf oder so. Wenn abends ein Stream kommt. So. So. Alter. Kann sich gerade einer hinlegen? Ich gehe ja schon. Acht. Sechzehn. Okay. Ähm. Welchen automatischen Spawner wolltest du jetzt machen? Den Powered Spawner. Würde ich sagen, weil er mit am einfachsten ist zu bauen. Mit dem Auto-Spawner, da bist du mal die Hölle. Für Blaze. Und Autospawner von Dingens ist ja natürlich doof. Du brauchst ja die Monster-Essenz, ne? Stimmt, ja. Ähm. Ich glaube nicht. Also der Schwabe streamt nicht so gern. Soviel ich weiß. Deswegen wird das wahrscheinlich nichts, dass wir da mal streamen. Brauchen wir auch eigentlich auch nicht. Ich stream ja sowieso schon genug eigentlich. Eigentlich sogar viel zu viel. Muss man ehrlich mal sagen. Dafür, dass ich nächste Woche wieder arbeiten muss, auf jeden Fall. Gold. Brauche ich sechzehn. Sub mit. Ja. Was habt ihr eigentlich mit den ganzen Bögen vor? Äh. Keine Ahnung. Gut. Gehen wir noch nicht. Haben wir Silber hier drin? Tin. Nein, nein, nein. Doch. Sechzehn bitte. Danke. Danke. Ja, schon klar. Ich sag mal, nächste Woche geht's ja noch. Nächste Woche hab ich ja noch Frühschicht. Da bin ich ja schon um, bin ich ja so um halb fünf zu Hause. Aber wenn ich danach die Woche wieder Spätschicht habe und ich jetzt um acht Uhr zu Hause bin, dann ist Stream manchmal ein bisschen schlecht. Dann abends. Ja, weil der ist Fan. Ich gucke, ich gucke eigentlich keinen Bundesliga mehr. Aber wenn, dann gucke ich meistens Dortmund, also BVB. So, die sechzehn, die sechzehn. Nein, nein. So, dann brauche ich gleich noch Glas. Äh, weiß jetzt nicht wieviel, nehmt mal zwölf. Servus, Mahlzeit. Servus. Ähm. Aber man kann mich ja schlagen wieder mit dem Auto-Craft-Gate von dem Lagersystem, das weiß ich nämlich nicht. Ähm, das Crafting, das geht ja auch, es gibt ja auch Crafting daran. Mhm. Oder so Chips, Crafting-Chips. Das weiß ich aber nicht, wie das funktioniert. Müsst ihr hier herauszufinden sein. Ja, sicher. So, erste Diamond-Chest, fertig. Und gleich kommt die zweite. Dann haben wir schon sechs Diamond-Kisten. Ja, Diamond-Kisten haben wir dann da hinten. Mhm. Gut. Meinst du jetzt dich oder mich? Wenn du dich selbst mal gesendern. Eigelob stinkt. Ja. Mhm. Mhm. Ich schätze mal einmal dich. Mhm. 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 Ich könnte mich ja nicht einfach vierfach rummachen, ne? Mhm. Mhm. ja warum nicht ich mache jetzt ein paar windturbinen das mir ja da brauche ich aber ein arsch voll kupfer mit kupfer einschmelzen glaube ich könnte man ja schon mal tun so dann habe ich die nächste dame ja meine kiste ist weg ja meine silberkiste geklaut da vorne liegt nämlich den unteren so schlimm da gab es auch keiner oben das den zorn das brauche ich so zweite so die schließen wir hinten jetzt auch wieder an dann haben wir sechs diamond chest dann schon mal ist ja schon mal was fürs lager ja das stimmt also tut da fährt er mich noch an so da im chest so dann also mal gucken ist das eingestellt ja ist auf blacklists und der auch sehr gut sondern da eine da eine da eine und so kann man ja ein bisschen was schon reinschmeißen dann wenigstens genau so dann habe ich mal das da rein und das und das brauche ich gerade nicht und den kann ich auch da rein kloppen und das 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 ganz schön viel lohnt sich dann oben steht eigentlich eine barrel vier zwei drei vier 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 v v v